Summer Jam kommt zu Klixum und sein neues Album hat einen vielversprechenden Titel Sucuk und Champagner. Und da haben er und wir uns gedacht, hey, das ist doch perfekt für Chaoskochen. Und auf hiphop.de gibt es deshalb ein Video, wo er euch auffordert, eure Rezepte einzureichen. Link jetzt hier im Video und unten im Infotext. Und ansonsten erwarten wir natürlich wieder kreative, lustige, spannende, interessante Fragen an ihn. Am besten hier als Videoantwort unter dem Video posten oder auch in den Kommentaren. Da könnt ihr auch eure Meinung sagen oder sonst was. Wir werden im Community-Video darauf eingehen. Wir sind also schwer gespannt. Haut rein und ansonsten bis dann, bleib dran.